ja die juli und leute an alle jetzt wieder mit seiner weiteren aufnahme vor allem heute nur mit mir oder uns denn von Lappen Gamer TV alleine und zwar werden wir heute unsere Rang-Up Mission machen um hierfür habe ich mir mal die MK1 Brandon geholt weil ich mir das mal auf YouTube angeschaut habe und dafür musst du Kills in einer gewissen Zeit machen dafür ist der Bogen einfach nicht geeignet da habe ich die Branden mal auf Rang 4 hierzeit nochmal in der ersten Mission hochgespielt und wird sagen jetzt gehen wir mal in meine Rang-Up Mission also wie bereits gesagt jetzt geht es dann darum dass wir nur unsere Primärwaffe ganz viele Kills in kurzer Zeit machen müssen das Ganze wird in Wellen geschehen und wird dabei natürlich auch nicht sterben und die haben auch ziemlich gut Leben hier alle also ohne sind die Gegner auf jeden Fall nicht so drei Stück noch hier haben noch 30 Sekunden das sollte ja wohl gehen da seht ihr schon also mit MK geht das Ganze zwar nicht Stealth aber sie killt halt auch schneller ich denke mal da wird es auch mal ein paar Folgen geben wo wir Missionen mit denen spielen werden ich muss mal mit die anderen reden was die dazu sagen aber dadurch dass Markus die ja auch schon hat denke ich mal dass es da auch mal Folgen mit der Waffe geben wird wo wir Missionen immer nicht mit dem Ziel Stealth spielen werden sondern mit dem Ziel Rambo reinrennen, töten, viel töten, XP sammeln ich habe jetzt gerade in der Mission verdammt viel XP gemacht bin direkt Level Up aufgegangen in einer Mission nur mit der Waffe ich habe 140 Kills gemacht weil ich einfach auf den Alarm geschissen habe und mich durchgeballert habe weil ich ja die Waffe leveln musste damit ich ein bisschen Upgrades wie schnelleres nachladen und so draufhauen konnte ich muss sagen eigentlich gefällt mir die Waffe ziemlich gut größer weg drei Feinde noch wie lange habe ich zeit noch ne Minute fast das sieht man normalerweise ist es schon so ausgelegt dass es wenn man ziemlich gut ist auf dem bogen schafft aber ich habe es mit zwei bogen versucht und habe jedes mal gescheitert und das problem ist man kann diese mission hier nur einmal pro tag mache das heißt du musst danach 24 stunden warten bis du es wieder probieren kannst dann habe ich beschlossen ich hole jetzt die waffe die hat auch gar nicht so ultra viel gekostet ach du scheiße die irgendwelche komische fliege die zwei wieder weggeräusche natürlich hat diese flieger dinge auch schusswaffe wie zu erwarten war was sagt die dafür komische laser strahlen heilen die sich jetzt alle gegenseitig oder was 15 feinde verbleiben zweieinhalb minuten also ich glaube das hier sind echt noch mal feinde wo wir auch ein bisschen reinhalten wo es lieber hier sieht die halt noch einiges aus der ist weg der ist auch weg nachladen wieder jetzt muss ich halt diese komische dinge sich so unterholen weil das problem ist die haben ja auch schilde das heißt wenn ich sie nicht ganz zerstöre reparieren die sich einfach wieder beziehungsweise die schilde laden sich halt einfach wieder auf sonst muss ich mal wieder dahinter weg weil ich halt auch keine nachkampfwaffe habe sondern nur meine distanz diese flieger da scheinen scheinbar die helme von denen hier zu verstärken äh nicht die helme die schutzschilde weil ich gerade die helme mission gelesen habe ich da abgeschlossen habe deswegen habe ich jetzt von helme gelabert weil ich doch scheinbar sehr viele headshots wird verteilt drei gegner verbleiben eine minute das sollte echt macht das seite sagt dass der kommt weg das schon jetzt ist die komische flieger dinge und nicht der gleiche hinterher so geschafft welle drei abgeschlossene gewähr position ich glaube jetzt kommt der cutscene das test mission complete exe so leute steigt falle ab und das ganze hat mir wieder ein level gemacht jetzt bin ich mit dem mk one brand wie ihr seht schon level 5 und es war jetzt ja doch gar nicht so lange ich bin jetzt reihe 12 stunden futter und markus das auch schaffen bis zum nächsten mal ich bin ja mal gespannt ich habe auf jeden fall jetzt den titel initiat mal schauen was die anderen darf die reihe von alarme gibt es ja auch mehr ist genug wir schauen ob wir vielleicht solche auch mal machen das schiff redet hin und wieder mal mit mir wie ihr seht habt ihr mich um das habe ich mich um die sein so ein bisschen dass man mich auch mal wieder von markus auseinander halten kann und leute ich würde sagen wir sehen uns das nächste mal bei der nächsten folge das denke ich mal weil ich irgendwo davor schneiden oder irgendwo mal raushauen einfach so zwischendurch weiß war jetzt nicht lang und damit servus und ciao